Vielleicht packen wir diese 2000 Abos am Wochenende, das wäre ein sehr, sehr heftiger Schritt. Und dann zum Vorbericht zum Spiel gegen Bayern 04 Leverkusen am Sonntag um 15.30 Uhr. In New York bisher nicht unbedingt ausverkauft, mir erzählt es bei Insarena. Ich meine klar, wenn man sich jetzt reinklickt in den Stadionplan, zeigt es natürlich mehrmals nur wenige Tickets nebeneinander an. Also die Blöcke sind jetzt auch nicht alle komplett leer, wo noch welche zu kaufen sind, welche Tickets. Aber ja, zumindest mal die ganze Kurve war ja meistens, zumindest im jetzigen Zeitpunkt, schon ausverkauft. Also bin mal gespannt, ob wir da am Sonntag 25.000 Leute haben. Bisher sieht es für mich nicht so aus. Ich wie immer, wird es ein bisschen zum Standard, ich bin immer in 34D am Start. Und ja, Leverkusen, absolutes Top-Team der Bundesliga, muss man einfach so sagen. Haben einen sehr, sehr spannenden, sehr, sehr starken Kader auch. Neuzugang Kusuno in der Innenverteidigung zum Beispiel. In Tardar auch, vorne natürlich dann die Offensive mit Fürth, Schick, der Neuzugang Apti, der muss erst noch zu Einsätzen kommen, aber an und für sich ein Name, der auch bei ganz großen Klubs auf dem Zettel stand und so Geschichten. Also Riesentalente und aber auch gestandene Spieler. Also das Team hat auf jeden Fall Zeug zur Champions League von Leverkusen. Hatten auch einen recht guten oder zumindest ordentlichen Saisonstart, würde ich sagen. Sie gegen Gladbach und Augsburg und Unschied gegen Union und eben gegen BVB jetzt verloren. Mussten am Donnerstagabend in der Euroleague ran, haben dann zwei Einsieg gegen Ferenc, Varos, Budapest eingefahren. Enge Kiste also auf jeden Fall. Und davor eben, wie gesagt, diese wilde 3-4-Heimniederlage gegen den BVB. Spielen aktuell in einem 4-2-3-1. Das hat auch Frankfurt schon getan. Also vielleicht ist man so ein bisschen auf diese Formation beim Gegner eingestimmt. Wer weiß. Und Leverkusens Stärke, ich nehme mal quasi das Zitat von Rino so ein bisschen auf, aus der PK heute, ist die Konterstärke. Eins der besten Teams, was das angeht in der Liga. Und man braucht logischerweise die volle Intensität und eine volle Bereitschaft in der Defensivarbeit. Wird auf jeden Fall ein sehr, sehr hartes Stück Arbeit am Sonntag. Die Leverkusener kommen vor diesem Spieltag auf einem siebten Platz und mit sieben Punkten bisher aus den vier Spielen zu uns aus Stuttgart. Wir haben ja gerade zehnter Platz mit vier Punkten bisher gesammelt. Und auch wenn da die Aussagekraft noch ein bisschen fehlt, wie auch in der gesamten Tabelle, sind wir gerade geteilter neunter Platz in der Heimtabelle. Und Leverkusen ist geteilter Zweiter in der Auswärtstabelle. Nach dem Spiel geht es für uns auswärts nach Bochum und dann zu Hause gegen Hoffenheim. Leverkusen hat erstmal Mainz in der Bundesliga zu Hause und dann haben sie noch die Europa League wieder. Dann auswärts bei Celtic Glasgow. Und ja, auch meine geliebten Statistiken machen nicht die größte Hoffnung für Sonntag. Sagen wir es mal so, also in Heimspielen gegen Leverkusen haben wir von 40 Spielen 16 gewonnen, sieben Unschieden gespielt und 17. Mal verloren. Die letzten zehn Heimspiele war nur ein Sieg. Der war im Jahr 2010, also vor elf Jahren. Und dann sechs Niederlagen und drei Unschieden zu Hause gegen Leverkusen. Also nicht so dolle. Hab auch Leverkusen eher so ein bisschen als Angstgegner statistisch auch abgestempelt. Ich glaube, das stimmt auch so. Das sehen wir hier. Letztes Jahr gab es einen Spieltag früher, am dritten Spieltag statt am vierten, eben ein 1 zu 1 zu Hause gegen Leverkusen. Kommen wir zum Startelfthipp. Der wird wahrscheinlich mit am längsten dauern wird hier. Und natürlich auch wieder die PK ist wieder mit drin. Wir haben hier wieder Freitag. Ich hoffe, das klappt auch weiterhin so, dass ich immer nicht bekam. Morgens mitnehmen kann und dann abends das Video bringen mit dem Vorbericht. Und so richtig safe sind für mich diesmal tatsächlich nur Müller, Endo, Karasor, Kempf, Mammusch, Mafropanos, Sosa. Und eben sicher ausfallen quasi ist das Förster. Weiter Infekt. Und Anton eben mit der roten Karte, Einspielsperre. Stellt sich erstmal die ZM-Frage. Ist Mangala schon weit genug? Nach dem Auftritt in Frankfurt würde ich eher Nein sagen. Auch von den Minuten her und von der Aussage auf der PK glaube ich es fast nicht, dass er schon weit genug ist für Startelf. Karasor spielt für mich Soda-Sosa. Habe ich ja auch gerade genannt. Ist ja nur die Frage, ob er eben in den Verteidiger zockt oder eben doch im Mittelfeld neben Endo. Aber wie gesagt, weil eben Mangala gerade glaube ich noch nicht ready ist, stelle ich ihn ins ZM. Womit diese eine Position in der Abwehr frei wird. Und da Stenzel ja nicht mal im Kader gewesen ist in Frankfurt, wird es glaube ich auf Ito hinauslaufen. Für den ist es natürlich eine sehr sehr harte Aufgabe gegen diese Leverkusener Offensive. Generell für das gesamte Abwehrverbund da hinten hat er auch nicht das beste Spiel in Frankfurt. Jetzt ohne jetzt nur auf diesen Einwurf zu gucken, da er zu roten Karten geführt hat, aber auch nicht das beste Spiel in Frankfurt. Aber wir vertrauen den Kollegen da hinten einfach mal. Rechts sehe ich, habe ja irgendwie vom Gefühl, auch Massimo nicht mehr 100% safe. Einfach weil Koulibaly mir einen Ticken besser gefallen hat, auch noch in Frankfurt nach der Einwechslung. Koulibaly könnte aber auch nach vorne rücken auf eine 10er Position, weil wir eben da auch einiges haben an Ausfall vorne. Weil Förster fällt aus. Für mich ist Klimowitsch recht wackelig. Dann die anderen Personalien sind Klement, Didavi, auch ein Koulibaly vielleicht. Und Bayas, alles Möglichkeiten. Milou glaube ich jetzt eher nicht, weil der war nicht mal im Kader in Frankfurt. Wer wenigstens im Kader war in Frankfurt, war Didavi, auch ohne Einsatz wieder. Aber irgendwie kam, ich habe es irgendwie gerade sehr, sehr krass im Gefühl. Ich habe es irgendwie in Morin, dass ein Didavi am Sonntag seinen Startelf-Einsatz bekommt irgendwie. Und dann eben daneben doch tatsächlich der Klimowitsch nochmal. Wie gesagt, ich mag ihn auch vom Spielertyp, aber bringt halt gerade noch nicht so viel. Ein bisschen unglücklicher Auftritt auch in Frankfurt. Weil ich eben Bayas auch erstmal nur noch erstmal von der Bank sehe. Und auch ein Klement war für mich nicht auffällig genug in Frankfurt, dass er nochmal eine Startelf dürfte. Und wie auch bei Mangala mit diesem ins Team reinfinden nach längerer Pause und Verletzung, tippe ich auch erstmal, dass Koulibaly seinen Einsatz bekommt, glaube ich, per Einwechslung. Natürlich je nach Spielstand. Und erstmal dann auch wieder ein Massimo rechts startet. Faki hat Lob bekommen auf der PK. Vielleicht ist er ja das erste Mal im Kader. Aber insgesamt, wie auch schon gesagt, ein sehr schwieriger Startelf-Tipp, finde ich. Könnte, wenn ich jetzt quasi nur diese sieben Leute nehme, die ich ein bisschen safe finde in der Startelf, könnte es quasi der Rest falsch sein, irgendwie auf eine 7 von 11 rauslaufen. Bin gespannt. Sehr interessant ist auch. Und gleichzeitig auch schade für den Anton gerade. Der wäre, glaube ich, wahrscheinlich mit am nächsten dran an der deutschen Nationalmannschaftsnominierung. Weil Hansi Flick wird am Sonntag im Stadion sein. Und zur Prognose, wie immer, die Abstimmung im Community-Tab. Ihr wisst Bescheid. Natürlich Sieg und Genierlage. Und natürlich auch genauere Meinungen, genauere Tipps ab in den Kommentaren. Bin hier sehr am Nagen mit mir, wie man jetzt damit umgeht, mit solchen Tipps. Tipps gegen seinen Verein, was das so angeht. Ich mache es einfach mal so. Also Leverkusen ist für mich aktuell normalerweise einfach zu stark für uns. Und klar, die haben Euroleague gespielt. Haben jetzt auch das Sonntagsspiel bekommen. Also genügend Pause. Und ich glaube auch für einen Klub von dem Kaliber, mit dem Kader, darf es keine Ausrede sein, dass die jetzt irgendwie am Sonntag dafür ein paar Meter weniger machen als wir oder so. Auch wenn es natürlich eine kleine Hoffnung sein könnte. In der aktuellen Verfassung und auch immer noch mit dem aktuellen Kader ist Leverkusen einfach besser. Dazu einfach auch statistisch dieser Angstgegner so ein bisschen. Also belasse ich jetzt mal hier so, dass man ganz realistisch schon von der Pleite, von der Niederlage ausgehen muss, glaube ich. So ein 1 zu 3, 0 zu 2, irgendwie so. Ich tippe hier aber natürlich einfach Fanbrill-mäßig und hoffnungsmäßig. Sonst kann man auch doof gesagt zu Hause bleiben, wenn man in die Entscheidung geht und denkt, jo, das verlieren wir so oder so. Ganz übertrieben gesagt. Aber ich tippe hier wie letzte Saison einfach auf ein erkämpftes 1 zu 1 aus wie in Leverkusen. Letzte Woche war es ja auch genau das gleiche Folgegebnis wie letzte Saison. 1 zu 1 in Frankfurt. Jetzt am letzten Spieltag auch wieder 1 zu 1 in Frankfurt. Vielleicht kriegt man ja zweimal in Folge selbe Ergebnis geliefert wie auch schon in der vorherigen Saison. Und wie immer zum Schluss meine Möchtegern-Experten-Meinung mit den ganzen Rest-Tipps zum Spieltag. Da auch wie immer alle Tipps auch so getippt in meiner Kick-Tipp-Runde. Gerne da reinkommen. Und auch nochmal der Appell hier, vielleicht kriegen wir so das Wochenende hin. Stand jetzt brauchen wir, glaube ich, noch 5 Leute. Vielleicht kriegen wir es hin. Vielleicht auch gerade rund um den Vlog am Sonntagabend oder Sonntagnacht, wie auch immer. Vielleicht packen wir diese 2000 Abos am Wochenende. Das wäre ein sehr, sehr heftiger Schritt. Wie gesagt, aktuell fehlen noch 5 Stück. Und damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020